Die Banata-Trachtengruppe sehen wir hier aus München. Die Banata-Schwaben, Donau-Schwaben, die tragen wirklich noch Original-Trachten aus dem Banat, dem heutigen Rumänien. Sehr bunt, sehr farbenfroh, kommen aus verschiedenen Ortschaften. Und das ist eine Hochzeitstracht. Die Mädchen tragen also sechs bis sieben gestärkte Unterröcke. Sitzen ist da praktisch unmöglich. Aber man tanzt ja auch mehr auf der Hochzeit. Und auch die Sarah Tanzgruppe war dabei.